So, Aufnahme wieder starten hier. Hi Fans, willkommen zurück. Nächste Folge, ihr wisst ja Bescheid inzwischen. Und zwar, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wir sollen ein Survival Battle spielen. Also muss ich surviven? Also würde ich eigentlich mal sagen, ich muss surviven und wir haben lediglich einen Karo Veloce, eine kleine Tankkette L3-33. Für diejenigen, die das Spiel kennen, nichts Besonderes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der uns gefährlich wird, der Panzer. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz geguckt. Im Hard-Modus müssen wir gegen 4 Crusader Mark III von Rosehip ran. Und im Very Hard müssen wir sogar gegen 5 Tankketten ran. Und wir müssen überleben. Also gegen 5 Tankketten? Ich meine, wir wissen, so eine Tankkette, die kann auch einen Mauspanzer kaputt kriegen, wenn sie sich vereinen. Also von dem her müssen wir mal gucken, was das wird. Aber ich würde sagen, natürlich, wir fangen wieder mit Normal an. Oh, ich bin sogar Ding. Oh. Tadaaam. Das wollte ich jetzt gar nicht. Okay, aber ich meine, wenn der wegfährt, muss ich ja nicht viel Survival, oder? Also Survival-Bett ist Survival-Time-Linit. Aber ich meine, wenn das jetzt mit einer ist, Da können wir uns ja hier noch locker den Bokus rufen, wo wir uns in den Reihen nehmen. Noch mal einen Eimer. Jetzt sehen wir von hier noch welche. Also vor allem der CV-33 ist ja weggefahren, also... Da ist noch ein Bokus. Also ich meine, genau so gut, wir mal zu sagen, ich habe gerade gesagt dass da oben da hat man auch noch einen zu tun ich habe nichts zu tun wie soll ich eigentlich überleben in diesem Spiel und dann haut dein einziger Junge einfach ab Oh, nochmal nochmal. Da sind die Leute, die haben jetzt die Dippo. Ah, nochmal, da ist noch einer aus dem Dippo. Ich schauke. Das ist ein Haushalt. Verstehen! Der Sie? Bis zum Wasser. Ich schauke. Schauke. Gehen. game endet victory in einem survival battle wir haben survived ja aber also ich meine außer ganz am anfang haben wir diesen cv 33 überhaupt gesehen also ich kann mir jetzt noch vorstellen dass das jetzt in der nächsten runde noch mal ganz ganz anders wird wenn die uns wirklich jagen zu viert und nicht nur mit einem und dann gegen fünf haben wir mal support card new shell type und sechs mal verzierung so dann probieren wir das ganze normal auf hart und wir wissen ja okay klar da wurde ja das stern steht da bin ich ich habe zuerst gedacht ich bin miho aber mir sind ja alles in dem ding ok probieren wir es gegen vier mal crusader der ging mir näher hallo was ist mit euch los ok einfach schon mal weg ok da ist nochmal einer das war schlechter wegen der auf die weite kann so Oh, Hormones habe ich. und wo ging der bitte schön hin der muss doch eiskalt getroffen habe eigentlich nein aber das scheiß verladen haut ab ich meine Entweder ist die EG, aber... Jaaah! Wir sind wieder da. Ah, das ist wieder da. der haut unschlecht neu also ich habe mir das jetzt schon ein bisschen härter vorgestellt aber die sie greifen ja nicht wirklich an, also das ist ja mehr so als würden die als würden die nur irgendwie so Patrouille fahren und selbst wenn sie dich sehen, schießen sie ja nicht wirklich hart also auch für Medium würde ich jetzt mal sagen Mojoko Goto und dreimal Verzierung, jo so und jetzt brauchen wir das Ganze nochmal auf extrem gegen fünfmal Karo Veloce oh, da kam schon wieder was unten raus heute Abend ist ja, oh Gott ich glaube ich muss gleich mal Aufnahmepause machen und mal wohin so, ja, bin ja mal gespannt ob die jetzt auf extrem wirklich mal hart angreifen weil ich meine eigentlich, ich habe das ja schon mal probiert schon beim letzten Mal wo ich dieses Spiel quasi angefangen habe dass ich da gesagt habe, äh, wir probieren das mit dem, mit dem Ding, mit dem Level und da haben mich die fünf Ding wirklich hart angegriffen schauen wir mal okay, also sie greifen mal oh, Alter ich muss nur fünf Minuten überleben und der erste halt jetzt mal ordentlich reinkauern, ja? bis er runtergefallen ist aber ansonsten also ich weiß jetzt nicht, ob ich eher, ob ich eher den, den Gegen fahren soll, oder eher von ihm weg auf jeden Fall bleibe ich nicht hier, ich bin ja da ist mein Name sowieso also der hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht, aber ich stand auf der Seite, äh, mit der Seite zu, weil ich, mich erst mal eigentlich auch nicht hier, wenn ich hier vorgehe, nachdem ich auch hier, okay okay wie, wenn ich noch nicht rauskriege oder wo – und wie, mich erst mal ... yo – mit der Seite wo ist er? âm – nicht hier da hlt … auf hinter mir vor oahhhhhhhh der war hier Alter der kam jetzt aus dem Nichts, der Der kleine Penner, hä? Okay, das würde ich sagen. Das probieren wir gleich nochmal.